Konnte man euch auch auf Ratten befestigen? Ja. Ups. Tödliche Ratte. Warte, wir können den doch sicherlich mit einer Granate oder so anlocken. Er soll die Ratte zertrampeln. Da kommt Daniel Rand. Da kommt Daniel Rand. Abwänglich. Nein, Ratte, du gehst nicht dahin. Ja, immer schön den anderen Weg gehen. Immer schön den anderen Weg. Geh zur Ratte. Weh, der geht jetzt durch die Lichtwand. Sollst du zur Ratte gehen? Guck mal, da vorne ist eine Ratte. Trampel mal auf ihr rauf. Oder auch nicht. Okay. So viel dazu. Naja, war lustig. Wie viel Wahlöl ist denn da noch drin? Ah. Ein bisschen mehr als die Hälfte noch. Also ein bisschen Spaß könnten wir eigentlich noch haben. Heldenhaft. Der war doch nicht heldenhaft. Der Pisser. Der hat seine Arbeiter schlecht behandelt. Bist du voll? Schon mal Vorrat hinschleppen. Die Flucht vorbereiten. So, Hundeplatz. Eine hohe Belohnung. Screech denn. Ich weiß zufällig, wo sie ist. Normale Kugel. Das hat irgendwie von der Weite aus gesehen, als würde in seiner Schulze ein Fischstäbchen stecken. Wohl eher ein Fisch auf einem Stock. Mann, warum? Wieso bekomme ich denn nur allerdings diese schicken Kills? Kills? Unbelievable. Ah, da haben die Ratten schön gegessen. Wie bist denn du gestorben? Ich muss mir meinen Bolzen nicht wiedergeben, du Sack. Sack. Alles Sackgesichter. Ich stehe schon da hinten. Habe ich Explosiv-Bolzen eigentlich ausgerüstet? Nö. Äh, Explosive. Ist sowieso nur vier Stück vorn. Hatte ich auf der Eins? Nee. Auch keine Ahnung. Schicken hat mal wieder gepennt. Yay. Glückwunsch, du kleines, unmoralisches Hühnchen. Glückwunsch, du großer, tollpatschiger Assassine. So, geht doch. Geht doch. Geht doch. Geht doch. Auf jeden Fall nicht hier oben. Aber Hauptsache, der stand doch auch da voll in der Nähe. Ich könnte ja versuchen, sie zum Gitter da hinten zu locken. Kopf zerplatzt. Kopf zerplatzt. Verdammt. Wie laufen da alle gerade so schön? Ich höre, du bist leise. Los! Hat der gerade seinen eigenen Kerl erschossen? Genau, er schießt dein eigener Typ. Gab's nicht sogar auch noch ein Archivment dafür? Naja, ich hab sie sowieso. Wir wissen, dass du hier bist. Hilft mir, ihn zu finden. Wie der Kopf liegt. Kann man wirklich mit einer Armbrust... ...mit einer Karpalista... ...schicken? Jemanden Köpfen? Ach, ich hätte da nichts zu lachen. Wie? Ich hab doch schon gerade gelacht. Hallo, Papier. Ja, ruft, wenn ihr ihn seht. Er wird ihn aber nicht sehen. Er fährt ihn alle nichts. Wie ist denn der Schatten jetzt passiert? Ich finde dich schon noch. Der ist mir gerade ein bisschen zu aufmerksam. Ich will mir nicht zeigen. Ich bin doch so schüchtern. Ich bin doch so schüchtern. Wenn ich dich finde, hast du nichts zu lachen. Naja, jetzt nicht mehr auf jeden Fall. Nein, ich bin immer noch hier. Der Feigling, der Feigling, der Feigling. Wenn, dann schon bitte feiges Huhn, okay? Du darfst nicht den hühnerischen Part an mir vergessen. Please. Ich bin doch so empfindsam. Oh ja, Chicken, das kleine Sensibelchen, das hier gerade Massenmorde begeht. Nee, ist klar. Auf den Kopf wieder. Wo kommt denn hier jetzt alle her? Wow. Verfüttert ihn an die Hunde. Ja, hier aktiviert den Alarm. Los, Alarm einschalten. Der lebt noch? Los, Alarm einschalten. Ja. Hilfe. Hallo. Was gibt es? Wo? Wo sind die Zinne? Wenn ich dich? Okay, das wächst gerade über Chickens Kopf hinaus. Was tust du da? Ich habe gefeuert und jetzt? Aber hey, mal ein bisschen Party-Action. Nicht nur langweiliges, auch wenn ich hier total scheiße in diesem Spiel kämpfen kann. Er ist einfach verschwunden. Ah, ich bin so schwarz. Ja, er ist verschwunden. Soll ich mir auch drauf halten? Oh, 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 oh. Ich weiß, dass du hier bist. Ach, tust du das? Na gut. Das Schwein ist mir entwischt. Aber hey, so kann Schäcken wenigstens ein bisschen Munition. Und wieder neue Elixiere mitnehmen. Durch diese kleine Aktion. Man soll mir ja nicht unterstellen, dass hier alles eintönig vonstatten geht. Nö, nö, nö. Niemals. Oh, 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 oh. Ich kann wieder bewaffnet sein. Ihr legt da auch so interessant. Wisst ihr das? Boah, das will ich auf Talia werfen. Oder auf irgendjemand anderen. Madame, ich habe gehört, Sie könnten ein Händchen gebrauchen. Ja. Was tut sie? Sie kann wirklich eines gebrauchen. Chicken, wir müssen es ernsthaft, diesen Stummel mit dir herumschleppen für den Rest des Spiels. Bis zu Talia. Vielleicht finden wir ja noch andere Leute, die wir es werfen können. Mal schauen. Wenn wir Pech haben, die spombt der Arm. Das ist jetzt mein neuer Freund. Hey, Händchen. Er ist so handlich, habe ich gehört. Aber nicht handlich genug, um diesen Tresor aufzumachen. Oh, die Hutmacher haben den Schlüssel gestohlen zum Justiziarbezirkszus. 5000. Ich könnte den natürlich auch mit der Hand bewerfen. Mal sehen, was passiert, wenn ich ihn nochmal in die Finger bekomme. Das muss jetzt... Oh, ist das so ein Angebot. Ja, lass mal deinen Hintern kratzen. Kratz, kratz. Oder nee, ich stelle das so hin. Ich lasse es so fallen und dann sieht das so aus als... Naja. Der Typ, der dir diese Hand gehört, verlangt dann von dir, dass du auf seine Hand kackst. Wie komme ich auf sowas? Ah. Ekelhafter Fetisch. Ob es solche Leute gibt? Ich fag am besten gar nicht. Ich will es nicht wüssten. Das ist eher Haut. Adrenalin, Munition. Ach, Munition habe ich eigentlich genug. Ah, wobei. Hey! Hm...